Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wir haben gestern die Mission im Schneegebiet gemacht, die 5er per Dich abgeschlossen und wollen mal schauen, was er uns für Aufgaben anbietet. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir machen nochmal eine 5er Mission oder wir schauen im Schneegebiet vorbei beim Händler und machen dann erstmal eine Mission, das heißt wir leveln den Händler hoch. Wir haben Tag 58, das heißt es ist auch noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Blutmont, sodass es durchaus in Ordnung wäre, hier noch eine Tier 5 Mission dazwischen zu schieben. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, was er uns anbietet. Den Skyscraper 1 und 2 hatten wir bereits. Skyscraper 2 nochmal, dann wahrscheinlich im Schneegebiet. Dann hat er den Skyscraper 3, auch den kennen wir schon. Und die Factory LLG steht vielleicht für Large 02. Klingt gut. Ich würde sagen, die machen wir. Allerdings dann erst morgen früh. Ich werde versuchen, rechtzeitig beim... Haben wir schon verkauft, was wir verkaufen wollten? Ich werde versuchen, rechtzeitig beim Startpunkt zu sein. Würde jetzt quasi nochmal in die Basis fahren. Wo steht denn? Liegt denn mein Motorrad? Meine Güte. Würde zum... Zur Basis fahren, aussortieren und so weiter. Bisschen schauen. Vielleicht noch ein paar Handgriffe machen, überlege ich mir. Auf jeden Fall denke ich... Würde ich die Nacht erstmal alleine verbringen. Ohne euch werde ich, wie gesagt, ein bisschen was machen. Sodass wir morgen... Also in-game-morgen... Ja, komm her. Flong. Eins auf die Nase. Und jetzt nicht so viel Zeit hier an unserer halbfertigen Basis verdrödeln. Ist es ein Plan? Weiß ich nicht. Ich mach's auf jeden Fall so. Also dann bis gleich. Und damit willkommen zurück. Wir sind jeden Moment da. Es ist kurz nach 4 Uhr morgens. Das heißt, es ist schon Sonnenaufgang. Und ich bin gerade dabei, den Weg zur Factory zu suchen. Aber hier steht sie schon. Hört das schon dazu? Oh, jetzt wird's neblig. Das ist natürlich nicht so schön. Aber was soll's. Sind schon wieder jede Menge Zombies unterwegs. Auch jede Menge wilde Tiere. Und was erwartet uns? Ein Shotgun-Nesir. Also eine Waffenfabrik. Das lässt natürlich die Hoffnung aufkeimen, dass es ein bisschen was an Munition zu holen gibt. War das gerade? Das kannst du mal wegwerfen. Den Schlafsack muss man auf jeden Fall platzieren. Den hab ich mir sicherheitshalber mitgenommen. Und dann wollte ich nochmal schauen. Munition hab ich davon und davon auch ne ganze Menge. Ich denke, damit kommen wir ganz gut durch. Und guten Morgen. Guten Morgen, lieber Nachbar. Da rennen auch schon wieder überall Zombies rum. Die werden uns sicherlich dann alle nochmal irgendwie über den Weg laufen. Dann ess ich erst mal was. Ja, kommt her hier. Denn wer die letzten Folgen gesehen hat, die letzten zwei Folgen, der weiß ja. Da hatten wir ja während der Mission mehr Zombies von außerhalb gekillt, als tatsächlich in der Mission drinnen waren. So, was haben wir denn hier? Eine Stahl-Axt. Nö. Ein bisschen wählerisch darfst du sein. Jetzt musst du mal gucken. Wenn dich der Löwe angreift. Okay. Na gut, das kannst du natürlich zerlegen. Gut. Ganz einfach. Bevor es mich dann ereilt, das Thema. Aber das geht aber gleich. Gut. Und wenn ich schon mal so ein schönes Tier zerlegt hab, dann... oder eher legt hab, dann kann ich es auch zerlegen und die Rohstoffe nutzen. Vielleicht. Oh, da ist wohl jemand wach geworden. Und du läufst in die falsche Richtung, Kollege. Klar. Da ging das Licht aus. Apropos Licht aus. Da kommt noch einer. Oh Gott. Das kannst du alles hier lassen. Schön. Du stellst doch mal auf. Jetzt stellst du nicht mehr auf. Gut. Also. Dann jetzt endlich. Wirklich. Ich starte die Quest. Und platziere noch meinen Schlafsack. Da gibt's noch eine schöne, helle Farbe. Weiß ist reserviert für meine... Für meine Basis. Gut. Jetzt aber. Ich bin gut ausgerüstet. Die nimmst du natürlich auch noch mit. Hast notfalls Reparatur-Kit dabei. Nachgeladen sind die Warten. Geht los. Shotgun-Massier. Making guns for fun. Naja. Was man so fun nennt. Schlafsack ist platziert. Dann kann der Kameras schief gehen. SM-Corp. Okay. Ich hab wieder... ...den Kollegen dabei. Und ich werde sehen, was ich jetzt als nächstes... ...also wie viel ich jetzt looten werde. Ich werde sicherlich wieder nicht alles mitnehmen. Aber so ein bisschen umschauen muss ich mich natürlich. Nahrungsmittel und sowas werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Rohstoff nur, wenn ich der Meinung bin, dass ich sie tatsächlich brauche. Guten Morgen. Es sind erstmal nur zwei. Dann geben wir mal her den Geschützturm. Die zwei, die kriegt man so gelöst. Ich höre dich. Ach, da bist du. Und da steht der andere. Ja, ich hatte gerade überlegt, ob ich vielleicht mit... Ouch, der hat getroffen. Ähm... Habe gerade überlegt, ob ich mit Pfeil und Bogen mit dem Schleichangriff erledige. Aber gut. Geht so. Die Tür ist verschlossen. Aber die sieht ziemlich löscherisch aus. Will er, dass ich da durchgehe? Oder kommen wir dann später sowieso hin? Das weiß man immer nicht so genau. Wir hatten hier einen Eintopf. Was waren das? Zwei Bier, zwei drübers Wasser. Eigentlich und auch ohne eigentlich sinnlos. Das wird hier mal später aus, wenn wir den Platz brauchen. Die nimmst du mit. Lehmboden kannst du jederzeit bei dir ausbuddeln. Und Messing-Türgriff verstopft dir auch nur das Inventar. Guten Morgen, ist hier jemand. Gleich. Geht's denn überhaupt weiter? Da rein ja wohl kaum. Ja, die Pflanzen, die sammeln wir jetzt nicht ein. Oh, jetzt kommt die schon wieder von draußen rein. Leute, Leute. Hätte ich die Tür da hinten zumachen sollen, oder? Na gut, da hätten sie sich durchgeschlagen. Das wäre kein... Ja, hätte keinen Unterschied gemacht. Gut, ach so, warte mal. Die kannst du mal schon wiederzulegen. So. Messing hast du eigentlich gerade eine ganze Menge bei dir zu Hause schon wieder gefunden. Hast du auch schon wahnsinnig viel eingeschmolzen. Ja, komm mal raus. Ja. Wer zuerst kommt, stirbt zuerst. Autsch, das war daneben gehauen. Na, jetzt aber. Klong, bei dem ging die Wichter aus. Bei dem auch. Wieder viel, viel, viel daneben gehauen. Da hinten sind noch drei. Bei, was hast du hier? Einen kleinen Zwischenloot. Dann nehmen wir mal die Sachen mit. Die wollen wir nicht allzu häufig finden. Betonmischung kann ich natürlich jetzt nicht so richtig liegen lassen. Da klopft sich doch schon wieder jemand von draußen rein. Moin. Ja, ich bin nicht so zielsicher. Tut mir leid. Gut. Da gibt es tatsächlich eine ganze Menge Baumaterial. Neuer Kleber brauchst du eigentlich alles nie. Die du sagst, das nimmst du mit. Die kannst du später noch entscheiden. Na gut, aber wenn du einmal angefangen hast mit Messing, da kannst du auch ein Messing zerlegen. Das ist auch so eine Fabrik, ne? Ziegel, also Pflastersteine und Zement ohne Ende. Da oben ja nochmal. Ich hatte ja erwartet, dass es hier eher eine Munitionsfabrik ist oder Waffenfabrik, aber es sieht eher aus wie eine Fabrik in Bau. So, ebenzufolge gibt es gar nicht so viel möglicherweise. Hast du es geschafft? Das war die... Das nimmst du mit. So, der Weg nach draußen. Gut, geht's weiter. Hier waren wir, also geht's hier rüber. Ach, da hinten sitzt er. Denn da drüben habe ich den einen schon gesehen, den zweiten jetzt auch. Gut, was hast du denn hier? Hast du irgendwo was? Da habe ich mich hingelegt. Klar. Nein. Wasseröl, Moment. Da habe ich schlechte Erfahrungen irgendwann gemacht, dass ich ins Wasser gefallen bin. Also hier hingehen. Das war dann nicht so einfach zu handeln. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Da hinten sind sie. Einmal hinhocken. Wo ist mein Pfeil und Bogen? Da ist er. Gut. Ach, da hinten. Ach, da hinten. Hinter dem Holzstabel. So, du auch. Du hier lang. Da hinten kommt er. Moin. 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 Da geht's dann offensichtlich weiter. Kommt doch hier lang. Ah, das ist die verschlossene Tür. Alles klar. Das wäre quasi der kurze Weg gewesen. Der aber auch gar nicht gewollt war. Kommt man eigentlich da oben hin. So, Holz kannst du immer gebrauchen. Nein. Was bist denn du für einer? Kannst immer mal sagen, was du hier machst. Das nennt man Hausfriedensbruch. Einfach in fremde Wohnungen zu gehen. Oder Häuser. Dort stellen wir hier rein. Kann es ja nicht geben. Moin. Da schlägt er an die Tür. Wo macht er sowas? Und das zwei mit einem Streich. Faszinierend. So, mach mal Licht. Du siehst da gar nichts. Runterm Vorstuhl entlang. Und wo geht's hier hin? Aha, aha, aha. Das ist der offizielle Weg. Weil der offizielle Weg ging doch da drüben lang, oder? Ja. Dann gibt's noch ein bisschen Freiraum. So, wo bist du? Au, du bist ein ganz schneller und wo ist jetzt die letzte da drüben? Ach komm, da lassen wir den Spaß die Tür aufzuschlagen. Ich geh mal hier hinten gucken, was mich da erwartet. Ich würde allerdings, damit ich mir nicht weh tue, das so machen. Genau, läuft. Aha, was haben wir jetzt schon wieder von Haufen Zombies getriggert? Das nimmst du einmal komplett. Das nimmst du auch komplett. Na gut, das hättest du jetzt nicht unbedingt gebraucht. Stahlschlagring, da nimmst du bloß das. Gut. Na dann komm hoch, Mädel. Ja, da liegst du wieder unten. Gut, hier haben wir irgendjemanden getriggert, das klingt wie ein Geier. Das war sie wahrscheinlich, die jetzt hier rumgelaufen kam. Brauche ich eigentlich? Ne, säubere das Gebiet. Ich habe gerade geguckt, ob ich nicht vielleicht noch sowas wie eine, äh die Vorräte finden muss, so eine Tasche, so eine Kuriertasche oder sowas. Aber dem scheint nicht. Cool. Und das kannst du zerlegen. Ah, war hier gerade jemand? Nö. Gut, weiter geht's. Lassen wir uns mal nicht so lange abdenken hier. Gibt's leider nix zu holen da oben. Sehr schön. Ein durchaus interessantes und wichtiges Buch für Snipergewehre. Und hier haben wir auch noch mal bisschen Loot. Ne, das Glas hätte ich dir nicht nennen müssen. Das nimmst du, Pinsel brauchst du auch nicht, hast du. Gut. Okay, das nimmst du, was ist das, Motorwerkzeugteile brauchst du nie. Denn so wie ich das einschätze, kannst du sowieso wieder nicht alles mitnehmen. Hast du jetzt schon zu viel hier. Die Stahlspitzhacke kannst du verkaufen, bringt aber auch nicht viel, ne. Eigentlich kannst du die Stahlspitzhacke auch liegen lassen. Das nimmst du alles mit. Gut. Ja, wo hast denn du den Weg lang gefunden? Jetzt bist du weg. Da bist du wieder. Lauf doch nicht weg. Okay. Kleiner Bug. Passiert. Ist ne Alpha-Version. Gut. Irgendwo schlagen sie sich schon wieder durch. Das soll mich jetzt mal nie groß stören. Um den Raum hat man gelootet. Das heißt, hier geht es weiter. Ist hier jemand? Niemand da. Ein Waffenschrank. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Brüder brauchen wir nicht. Ist die auch offen? Geht das dann dort weiter oder geht das draußen weiter? Weiß es nicht. Aber ich werde mal versuchen, den Schrank aufzumachen, ne. Sehr schön. Mit einem Mod. Ein 6er Stahlspieler. Sehr gerne. Und die Mod. Na ja, da könnte ich die ja eigentlich derweil in den Stahlsperr gleich rein machen. Gut. Ja, jetzt wie gesagt wollte ich mal gucken, ob das hier weiter geht. Ach ne, ist auch gar nicht vorgesehen, dass es hier durch geht. Vielleicht liegt da hinten noch irgendwas versteckt. Da müsste ich aber hier drüber kommen. Ich kann mir die warmen Formen hinlegen, um drüber zu kommen, aber das ist ja grundsätzlich mal nicht der Plan. Nägel kannst du mitnehmen. Da geht es weiter offensichtlich. Die Tür ist verschlossen. Oh Gott. Oh Gott. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das nehme ich natürlich mit. Gut. Was ist denn los? Wo haben sie denn dich vergessen? Wo bist denn du? Na siehst du. Da hast du es doch. Gut. Gut. Da draußen schlagen sie immer noch um sich. Unglaublich. Achso. Hier oben war jetzt nichts noch. Nein. Nehm ich Säure mit. Da habe ich eigentlich gar keinen Platz dafür. Da habe ich eigentlich gar keinen Platz dafür. was da drin ist. Dann ist das Wasser da hinein. Eiskolm. Hat er jetzt gesagt, dass der Hunger hat? Ne, noch nie wirklich. Aber ich könnte das Ding nur essen. schön. Aber noch drei Plätze frei ist viel zu wenig. Wäre erstmal noch einiges aussortieren müssen. Das Klangwort nach einem großen Tier. Kleber habe ich nicht mitgenommen. Alles klar. Hier ist offensichtlich die Kantine. Kommen wir hier irgendwie rein. Ich habe leider keine Ahnung, wie groß das Ganze ist. Das Level hier. Bier. Aber auch Bier hast du in der Vergangenheit am Ende dann weggeschmissen. Denn die Folge ist um. Hmm. Gibt Eisenpfeil wieder her. Danke. Wieso ist denn der jetzt kalt? Da oben randert der jetzt schon wieder einen Geier. Da kommt doch runter. Hallo. Hallo. Ein Wackeldackel oder sowas ähnliches. Gut, ich hatte es gerade erwähnt. Die Folge ist rum. Das heißt, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Wenn wir uns morgen hier und machen weiter. Mal gucken. Wie gesagt, ich weiß nicht wie groß dies noch ist. Ich hoffe, dass wir das morgen in der Folge schaffen. Bis dahin. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich aufs nächste Mal.